Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lounge und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Craft Guide präsentieren. Heute wollen wir uns nämlich hier einmal im azurblauen Gebirge unten im Lager von Iscara einmal ein Item zusammenbasteln. Und zwar, wenn ihr genug Renown bei der Fraktion habt, könnt ihr euch einen Händler freischalten. Und dieser Händler schimpft sich einmal Tavio. Der ist hier im Lager, wir können mal ein bisschen rein scrollen, hier bei den Koordinaten 12, 48. Und dieser kann uns verschiedene Items freischalten. Wenn ihr wie ich hier Renown 7 seid oder aufwärts und Angeln auf 25 habt, könnt ihr euch eine Harpune von Iscara bauen. Für die braucht ihr insgesamt drei Items, und zwar die Harpunenspitze, dann einen Holzstab und eine zerrissene Seeranke. Und wo wir die Teile herkriegen, das will ich euch jetzt mal zeigen. Das erste Teil haben wir direkt hier hinten, und zwar, wenn wir jetzt hier zu dem Schmied gehen, haben wir auf dem seinem Amboss eine Harpunenspitze, die können wir einfach wegloten, und dann haben wir schon das erste Item. Ist zwar jetzt ein bisschen fies, weil dem Typen man einfach das Ding unterm Arsch wegzieht, aber okay, so weit, so gut. Jetzt haben wir das erste, und die anderen beiden sind noch im Gebiet ein bisschen verstreut, und da schauen wir jetzt gleich mal hin. Das zweite Item liegt jetzt gerade hier neben mir, und zwar der Holzstab ist das. Den habe ich jetzt hier einmal auf den Koordinaten 11, 41 gefunden. Alternativ, wenn er da nicht liegt, dann gibt es hier oben noch einen zweiten Platz, und zwar ist das bei 27, 36. Den können wir dann einmal aufmachen, dann haben wir den Holzstab, und jetzt brauchen wir noch das letzte Item. So, dann sind wir am dritten Punkt, und zwar sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 50, 36, und hier müssen wir jetzt einen Rare beschwören. Und ja, um den Rare beschwören zu können, müssen wir ein paar Sachen anklicken, und dafür bin ich jetzt hier auf diesem gefrorenen See, wie ihr seht, und da haben wir einmal eine zerbrochene Angelroute, die klicken wir jetzt mal an, und dann müssen wir jetzt noch ein paar mehr Sachen quasi uns besorgen. Da müsste da hinten noch was liegen. Genau, hier haben wir ein zerrissenes Fischer-Netz, das klicken wir auch an. Also da sind wir jetzt hier ein Stück weiter gelaufen, jetzt sind wir auf 50, 38, und das letzte müsste da hinten sein, alte Harpune, die können wir auch noch anklicken. Und dann müsste jetzt hier irgendwo ein Rare auftauchen, genau, hier haben wir ihn. Den boxen wir um, und sobald wir den umgeboxt haben, jetzt muss ich mal gucken, hier habe ich meinen Trinket noch, dann müsste der uns das Item droppen. So, der Typ ist down, jetzt gucken wir mal. Ah, jetzt kann ich ihn looten, okay, das hat ein bisschen gehangen. Der hat sogar ein paar T-Mock-Teile da auch dabei, okay, ja nicht schlecht. Und er hat hier auch das Item, sogar ein paar Mal. Jetzt checken wir mal, ah, genau, zerrissene Seeranke haben wir, und dann können wir jetzt einmal zurück zu unserem Händler, beziehungsweise zum Craft-Dude, und das Ding einmal craften. So, da la, zurück im Lager beim NPC, und jetzt können wir mit dem Dude quatschen, und wir haben alle Regenzen hier zusammen, können das Thai-Craften, wie gesagt, Renown 7 braucht er, und ihr müsst dementsprechend auch 25er Angelskill haben, und jetzt können wir das einfach hier werfen, das Item. Und damit können wir dann ein Oshii fangen. Ich habe selber noch keine Ahnung, was das genau ist, aber das werden wir sicher noch herausfinden. Das ist ein Oshii fangen, das ist ein Oshii fangen.